Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid, heute bei einer neuen Regelstunde. Ich möchte euch heute das Spiel Kutsch Nahora, Stadt des Silbers beibringen. Ich habe das Spiel für zwei Spieler aufgebaut und ich würde sagen, wir gehen direkt an den Tisch. Das ist der allgemeine Aufbau, den ich hier für zwei Spieler gemacht habe. Wir fangen mal hier oben an. Hier haben wir die St. Barbaras Cathedral oder Kathedrale. Diese legen wir hier so schön aufgebaut hin mit den Plättchen 1 bis 11 von unten nach oben, mit der lilanen Seite nach oben. Wir legen außerdem hier in der Nähe des Spielbretts jeweils drei Patriziamarker jeder Farbe bereit. Dann haben wir hier über diesem Rundentableau die Ereigniskarten. Die braucht ihr nur im Zweispielerspiel. Ihr könnt aber auch im Drei- und Vierspielerspiel die Ereigniskarten mit reinnehmen. Da wählt ihr drei zufällige A-Karten und zwei zufällige B-Karten für die Runden 1 bis 5. Ihr stellt den Rundenmarker auf das Feld 1 des Rundentableaus. Ihr müsst hier darauf achten, dass ihr die richtige Seite für die jeweilige Spielerzahl habt. Der Steuermarker kommt hier auf 0. Und hier haben wir die öffentlichen Gebäude mit dem roten Patriziamarker in einer zufälligen Reihenfolge auf diesem Feld liegen. Darunter befindet sich das Gebäudetableau. Dieses Gebäudetableau ist für jede Spielerzahl gleich. Und hier befinden sich die Gildengebäude in den ersten beiden Spalten und die anderen öffentlichen Gebäude hier in der dritten Spalte. Die vierte Spalte bleibt zunächst leer. Da kommen später dann die roten öffentlichen Gebäude dazu. Bei den Gildengebäuden müsst ihr darauf achten, dass ihr immer das Plättchen mit der Fahne unten der jeweiligen Farbe, das ist hier unten markiert, das sieht man wahrscheinlich ganz gut jetzt, das müsst ihr immer zu unterst haben vom jeweiligen Stapel. Die anderen Gebäude könnt ihr darauf zufällig platzieren. Die sind tatsächlich alle unterschiedlich, auch pro Farbe. Und dann mischt ihr das und legt diese einzelnen Gildenstapel hier zufällig verteilt hin. Dann haben wir hier das Hauptboard, auf dem wir bauen. Da müsst ihr auch schauen, beziehungsweise in diesem gesamten Board hier diese vier Teile, die man hier aneinander puzzelt, dass ihr die richtige Spielerseite nach oben nehmt. Also bei zwei Spielern ist das ein etwas kleineres Feld, sowohl bei der Stadt hier als auch bei den Minen. Und dann müsst ihr hier unten noch diese Geröllplättchen verteilen. Und diese Geröllplättchen verteilt ihr mit einer zufällig gezogenen Aufbaukarte, das sind diese schwarzen Karten. Und da guckt ihr auch bei der Spielerzahl, ich habe jetzt hier das hier oben gewählt, das heißt, ich habe hier diese Geröllplättchen zufällig verteilt. Und nachdem ihr die zufällig verteilt habt, könnt ihr die dann auch umdrehen. Da gibt es zwei mit einem Stern, einen mit keinem Stern und diesen einen mit zwei Sternen. Dann haben wir natürlich noch Minenplättchen. Minenplättchen, da legt ihr die Level 3, die Level 2 und die Level 1 übereinander hin und mischt ihr natürlich jeden Stapel einzeln vorher. Und dann haben wir hier die Minentechnologie. Da gibt es fünf Plättchen, die ihr auch von klein nach groß auf dem Stapel hier bereitlegt. Ja, wir haben natürlich noch ein Vorrat-Pelikanplättchen. Wir haben Vorrat vom Geld hier, das sind Groschen, nennt sich das in diesem Spiel. Und wir haben natürlich noch eine der wichtigsten Hauptkomponenten, das sind diese beiden Schieber. Die zeige ich jetzt nochmal kurz, denn wir gehen auch direkt einmal gleich drauf ein, was diese Schieber sollen. Ja, wir haben hier diese Schieber. Ihr müsst darauf achten, dass es nicht so ist, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Denn ihr müsst darauf achten, dass die Null vorne ist. Also die Karte mit der Null muss vorne sein von der jeweiligen Leiste. Also die Karten gehen hier von 1 bis, ich glaube 15 ist es oder sogar weiter von 1 bis 20. Und dann könnt ihr die theoretisch nochmal umdrehen. Also es geht quasi bis 40. Und ja, da müsst ihr schauen, dass der jeweilige Stapel hier richtig drin ist und dass die Schieber ganz weit links sind. Das sind einmal die Populationen in Rot und hier haben wir die Minen in Schwarz. Und dann ist es so, dass ihr hier auf diesen Schiebern ja verschiedene Ressourcen seht. Und diese Ressourcen gibt es im Spiel quasi virtuell. Das heißt, diese Ressourcen haben hier einen Preis. Und jedes Mal, wenn ihr im Spiel Ressourcen ausgebt oder wenn ihr Ressourcen bekommt, dann müsst ihr das immer in Geld umrechnen, also in Groschen umrechnen und dann auch mit Groschen bezahlen. Beziehungsweise ihr bekommt dann Groschen für eure Ressourcen. Das heißt, es gibt hier nicht irgendwelche Ressourcen, die ihr bei euch in der Auslage sammeln könnt, sondern das Ganze findet immer mit der Umwandlung des aktuellen Marktpreises in Groschen statt. Und das ist auch eigentlich der Hauptgag des Spiels, dass sich dieser Markt ständig verändert, indem man hier Karten rausnimmt, wenn solche Symbole auf irgendwelchen Gebäuden sind oder man diese Regler hier für die einzelnen Ressourcen nach links beziehungsweise nach rechts schiebt. Und dadurch verändern sich die Preise und der Wert einer Ressource und dann bekommt ihr dementsprechend viel oder wenig Geld für die einzelnen Ressourcen. Dann kommen wir zum Spieleraufbau. Jeder Spieler bekommt hier so ein Tableau mit den jeweiligen Komponenten in der Farbe, die er gewählt hat. Die Häuser kommen hier oben rein. Wir haben hier diese Minenarbeiter. Wir haben einen freien Minenarbeiter in diesem freien Minenarbeiter-Slot. Wir haben hier den Reputationsmarker. Den setzen wir auf 0. Wir haben hier solche Grundstücksmarker, die wir hier reinsetzen. Wir haben hier Ressourcenmarker. Diese setzen wir auch auf 0. Und diese Ressourcenmarker hängen davon ab, was für Ressourcen sie sind, je nachdem, welche Gilden ihr hier in euer Tableau gelegt habt. Und diese Gilden werden auch durch eine Aufbaukarte, ja, quasi festgelegt. Und ja, da guckt ihr auch, zieht ihr eine zufällig von diesen Aufbaukarten. Es sind mehrere im Spiel. Und dann schaut ihr, für welche Spielerzahl. Und dann, ja, bekommt der eine Spieler hier im Zweispielerspiel diese blau, rot und schwarze Gilde in sein Board. Und der andere hier diese braun, silber und orange. Und das müsst ihr dann auch in der Reihenfolge, ja, hinlegen. Und im Zweispielerspiel ist es einfach wichtig, dass alle verschiedenen sechs Gilden im Spiel sind. Im Dreispielerspiel werden sich immer pro Spieler eine Gilde überschneiden. Und im Vierspielerspiel, ja, dann überschneiden sich dann bei den jeweiligen Spielern auch mehrere Gilden. Genau, und diese legt ihr hier rein. Und dementsprechend, ja, habt ihr dann auch in dieser Linie diese Ressourcen. Wenn ihr quasi Ressourcen bekommt oder so Ressourcenproduktion habt, könnt ihr hier abtragen mit euren Marker, wie viele Ressourcen ihr eigentlich habt oder produzieren könnt. Genau, das zum Spieleraufbau. Außerdem haben wir natürlich noch den Siegpunktmarker hier auf der 0. Dann müsst ihr einen Startspieler bestimmen. Und der Startspieler, das ist, sagen wir mal, hier der grüne Spieler, der bekommt 40 Geld. Und der Spieler nach dem Startspieler im Uhrzeigersinn bekommt 41, der nächste Spieler 42 und so weiter und so fort. Außerdem bekommt jeder Spieler noch solche Aktionskarten in der jeweiligen Farbe. Es gibt sechs Aktionskarten, die jeweils eine Aktion zeigen auf der Oberseite und auf der Unterseite. Also pro Karte zwei Aktionen. Könnt ihr auch in der richtigen Farbe hier auswählen. Und dann könnt ihr jedem Spieler theoretisch noch so ein kleines Übersichtsblatt geben. Da seht ihr ja so ein paar Symbole erklärt und da seht ihr auch so ein paar Fähigkeiten erklärt, die ihr im Laufe des Spiels dann ausführen könnt. Und das ist doch relativ hilfreich. Wie läuft eine Partie nun ab? Es ist relativ einfach. Am Anfang der Runde, beziehungsweise bevor die Runde startet, die immer beim Startspieler natürlich startet, müsst ihr eine Ereigniskarte aufdecken. Diese Ereigniskarte zeigt hier oben einen Wert, teilweise, der euch anzeigt, wie hoch ihr den Steuermarker erhöhen müsst oder wie viele Schritte ihr den Steuermarker erhöhen müsst. Dann zeigt sie einen Flavortext und sie zeigt hier eine Aktion oder eine Bedingung oder einen Effekt an. Dieser Effekt kann irgendwie für das runden Ende gelten. Der kann für die ganze Runde gelten. Der kann sofort Effekt sein. Das kommt auf die Ereigniskarte drauf an. Dann haben wir hier unten so eine kleine Fahne und diese zeigt an, was wir noch am runden Ende machen müssen. Hier müssten wir am runden Ende zwei von diesen Populationskarten aus diesem Schieber ziehen, um dann sozusagen den Markt zu ändern. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich schiebe die Karten mal wieder hier rein. Dann, wenn wir die Ereigniskarte quasi abgehandelt haben, beginnt der erste Spielzug des Startspielers. Und ein Spielzug sieht folgendermaßen aus. Ein Spielzug ist immer, beziehungsweise nicht immer, aber in den ersten zwei Spielzügen ist es, dass wir zwei Karten ausspielen können nacheinander. Und dann immer, wenn wir eine Karte ausgespielt haben, können wir die jeweilige Aktion auf der Karte machen. Da wir hier zwei Aktionen immer auf einer Karte haben, müssen wir uns aussuchen, wie rum wir die Karte spielen. Wir können dann nur die eine Aktion machen, für die wir uns entscheiden. Das läuft im ersten Spielzug so. Im zweiten Spielzug spiele ich auch wieder zwei Karten, mache zwei Aktionen. Und im dritten Spielzug muss ich mir eine von meinen übrig gebliebenen Karten aussuchen. Wenn wir dann alle diese drei Züge gemacht haben mit den fünf Aktionen, dann ist die Runde vorbei, dann wird noch ein Rundenende ausgelöst. Da komme ich dann gleich noch zu. Und dann beginnt im Grunde genommen auch schon wieder die neue Runde. Da machen wir dasselbe wieder. Und das machen wir dann sechs Runden lang. Das heißt, wir haben im Grunde genommen sechs mal drei Züge, also 18 Züge. Und pro Zug haben wir jetzt ein bis zwei Aktionen, also pro Runde fünf Aktionen. Im Grunde genommen dann 30 Aktionen pro Spiel. Und dann kommen wir auch schon zu den Aktionen, die wir machen können, die hier auf den Karten abgedruckt sind. Und wir fangen ganz einfach mit der Grundstücksaktion an. In der Grundstücksaktion kann ich mir ein Grundstück reservieren, um dann später einen Bauplan auf dieses Grundstück zu bauen und quasi ein Gebäude auf dieses Grundstück zu bauen. Und ein Grundstück zu reservieren, das geht folgendermaßen. Ihr nehmt den am weitesten links befindlichen Grundstücksmarker. Ihr habt insgesamt drei Grundstücksmarker zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt maximal drei Grundstücke gleichzeitig reservieren. Und ihr nehmt diesen und setzt den auf ein freies Feld, welches noch nicht mit einem anderen Grundstücksmarker belegt ist oder mit einem Gebäude belegt ist. Ihr könnt also nur freie Felder reservieren. Und dann müsst ihr die Kosten dafür bezahlen. Wenn ihr quasi kein Gebäude auf dem Plan habt, an das ihr theoretisch angrenzend einen Grundstücksmarker legen könnt, dann könnt ihr den Grundstücksmarker frei platzieren. Und das kostet euch fünf Geld. Sobald ihr irgendwie ein Gebäude hier habt, also es kann irgendein Gebäude auch eines anderen Spielers sein, was hier irgendwie auf dem Plan liegt, ja, dann müsst ihr tatsächlich angrenzend zu einem dieser Gebäude euren Grundstücksmarker platzieren. Das heißt, ja, würde ich jetzt, wenn diese beiden Gebäude hier auf dem Brett, dann könnte ich nur angrenzen und zwar orthogonal hier meinen Grundstücksmarker setzen. Und dann muss ich nicht die fünf Geld bezahlen, sondern ich muss so viel Geld bezahlen, wie mir das angrenzende Gebäude angibt. Das heißt, wenn ich meinen Marker jetzt hier hinsetze, muss ich vier Geld bezahlen. Wenn ich ihn hier hinsetze, muss ich zwölf Geld bezahlen und nicht die vier, weil die zwölf der größere Wert ist. Also wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, was zu bezahlen, muss ich immer den größeren Wert bezahlen. Das gilt auch später für das Platzieren von Minen beziehungsweise für die Bezahlung der Kosten, wenn ich Minen lege, das schon mal vorweg. Genau, und dann kann ich hier einfach meinen Grundstücksmarker platzieren, habe das Geld bezahlt. Also jetzt in dem Fall würde ich jetzt hier nur fünf Geld bezahlen, weil ich ihn irgendwo hinlegen kann. Zahle ich fünf in den Vorrat und dann habe ich diese Aktion durchgeführt. Die nächste Aktion, die ich euch zeigen möchte, das ist die Baurechteaktion. Mit den Baurechten, da können wir diese Baurechte, das heißt diese Gebäude hier erwerben, um diese später dann auf unsere reservierten Grundstücke zu bauen. Es ist auch relativ einfach. Wir haben hier drei Spalten, beziehungsweise vier Spalten. Die vierte ist noch leer. Diese Gebäude kommen erst später ins Spiel. Und dann sucht ihr euch ein Gebäude aus, was ihr, ja, bauen wollt, beziehungsweise was ihr, wofür euch jetzt das Baurecht kaufen wollt und bezahlt die in der Spalte angegebenen Kosten. In der ersten Spalte sind es ein Geld, also ein Groschen. In den anderen Spalten sind es Pergamente. Und dann müsst ihr natürlich schauen, in dem Moment, wo ihr das ausgibt, wie ist denn der Pergamentpreis. In diesem Fall ist er hier mit vier angegeben. Das heißt, würde ich mir ein Plättchen hier aus der Mitte besorgen, aus dieser zweiten Spalte, da müsste ich ein Pergament, also vier Groschen zahlen. Das heißt, ich könnte mir jetzt zum Beispiel dieses Gebäude nehmen. Ich muss aber tatsächlich aufpassen, denn ich darf gar nicht alle Gebäude kaufen. Ich darf nur die Gebäude kaufen, zumindest die Gildengebäude, das gilt für diese farbigen Gebäude hier, mit den Wappen, die ich auch hier in meinem Tableau habe. Das heißt, hier dieser Spieler, der dürfte nur diese Holzgildengebäude bauen, mit diesem Wappen, also diesen Stapel. Er dürfte nur diese mit der silbernen Zange oder mit dieser, ja, genau diese Silberzange hier bauen. Und er dürfte dieses mit dem Bier hier bauen, also dieses hier. Er dürfte nur diese drei Gildengebäude bauen oder das ich kaufen. Die anderen Gildengebäude sind tabu, die darf man nicht nehmen. Außerdem kann man noch die öffentlichen Gebäude nehmen, diese hier mit den Patrizia-Tokens. Die darf jeder nehmen. Ja, die sind quasi nicht reserviert. Genau, das heißt, ich würde jetzt in meinem Zug, wenn ich das hier ausgespielt hätte, hier dieses Silberding, da würde ich auch mal wieder vier Geld zahlen, vier Groschen. Und dann kann ich mir das hier nehmen und dann kann ich das hier oben hinsetzen und habe mir das quasi, ich habe mir diesen Bauplan jetzt gekauft. Ich kann maximal drei Baupläne gleichzeitig haben. Und das war dann auch schon die Aktion, beziehungsweise müssen wir noch darauf achten, dass von dem Stapel, von dem wir das gekauft haben, ja, dass der hier nach hinten rückt und alle anderen Stapel dann nach vorne rücken. Würde ich entsprechend von der ersten Spalte nehmen, würde der auch komplett nach hinten rücken und alle anderen so nach vorne. Das heißt, ja, da ist so ein bisschen der Tausch, damit die hinteren Gebäude dann auch irgendwann mal günstiger werden. Dann die nächste Aktion, die ich mit euch klären möchte, das ist die Gebäudeaktion. Und nun haben wir uns ja erst ein Grundstück reserviert. Wir haben hier so ein schönes Gebäude in unserer Auslage, so einen schönen Bauplan. Und jetzt wollen wir diesen Bauplan in ein Gebäude umwandeln. Also wir wollen dieses Gebäude bauen. Dafür ist die Gebäudeaktion. Das heißt, ich suche mir ein Grundstück aus, was ich hier reserviert habe, nehme ein Plättchen hier und setze das hier auf mein Grundstück, kann meinen Grundstücksmarker wieder zurücknehmen und muss jetzt die angegebenen Holzkosten des Gebäudes zahlen. Holz kostet im Moment zwei. Das heißt, für sieben Holz müsste ich 14 Geld ausgeben. Dann lege ich meine 20 Geld hier in Vorrat, nehme mir sechs zurück, habe somit 14 Geld ausgegeben und habe dieses Gebäude hier gebaut. Ich muss jetzt noch diese Symbole hier auf diesen Gebäuden abhandeln. Hier bedeutet das zum Beispiel, dass ich vier Holzproduktionen bekomme, beziehungsweise vier von dieser Ressource. Ich glaube, es ist sogar Silber, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, ich gehe hier auf meiner Silberleiste vier nach vorne. Außerdem muss ich den Silbermarker, beziehungsweise diese Silberleiste, muss ich hier einen nach rechts schieben. Dadurch verändert sich hier mein Kohlepreis. Mein Kohlepreis geht nach oben, weil ich möchte ja hier Kohle in Silber umwandeln oder Erz in Silber umwandeln oder wie auch immer. Auf jeden Fall steigt quasi der Bedarf. Das heißt, der Kohlepreis steigt und mein Silberpreis sinkt tatsächlich von 4 auf 2 und hat hier auch noch so ein X. Das bedeutet, wenn ich hier so ein X auf diesen Leisten habe, ich zeige das sonst auch noch mal hier ganz genau, dann darf ich kein weiteres von diesen Gebäuden bauen, weil der Preis schon so niedrig ist, dass ich, wenn ich noch mehr davon bauen würde, ja quasi die Wirtschaft crashen würde. Das heißt, ja, sobald hier so ein X ist, darf ein weiteres Silbergebäude nicht mehr gebaut werden. Es gibt noch ein weiteres Symbol, nämlich den Hammer. Dann bedeutet das, dass hier automatisch ein Gebäude platziert wird beziehungsweise abgeworfen wird und diese Sachen aus den Gebäuden abgehandelt werden. Ja, das sind so ein paar Mechaniken, die quasi dann den Markt regulieren sollen, falls man ja irgendwie in die falsche Richtung läuft. Genau, dann drehen wir das um, das gebaute Gebäude, was ich hier gebaut habe, wenn ich die Kosten bezahlt habe und dann setze ich das Haus, was noch am linkesten hier besetzt ist, aus der jeweiligen Zeile, ich habe ja ein Silbergebäude gebaut, also bin ich in der mittleren Zeile hier, auf das Haus und bekomme natürlich noch den Bonus des Hauses, was ich da gerade drauf gebaut habe. Die Boni sind relativ einfach. Wir haben hier in der ersten Reihe Boni, ja, da bekommt man ein öffentliches Gebäude, was man sich hier nehmen kann einfach. Das kann man sich hier in seine Slots packen für umsonst. Außerdem hinten bekommen wir immer noch Siegpunkte. Hier in der mittleren Zeile bekommen wir einen Pelikan-Marker, das heißt, für mein gebautes Gebäude gerade würde ich noch einen Pelikan-Marker bekommen, auf die lilane Seite. Hier hinten gibt es auch nochmal Siegpunkte und hier unten bekommen wir Reputation auf dem Reputationstrack. Ja, dieser Reputationstrack ist relativ gut, denn dieser bringt uns bestimmte Vorteile. Ich würde direkt einfach mal einstreuen, wir haben hier diesen ersten Bereich, da ist es so, dass wir für jedes Baugrundstück, was wir reservieren, immer nur ein Geld zahlen. Egal, was quasi der Preis sagt von diesen angrenzenden Gebäuden, die da liegen, wir zahlen immer nur ein Groschen für unsere Grundstücke. Und hier hinten haben wir noch, ab Stufe 6, haben wir noch die Möglichkeit, eine Joker-Aktion ohne Reputationsverlust zu machen. Da komme ich gleich nochmal zu, denn es gibt eine Aktion hier auf den Karten, mit der wir eine beliebige Aktion machen können, beziehungsweise das können wir auch direkt so abhandeln. Ja, normalerweise müsste ich eine Reputation zahlen, wenn ich hier aber auf meiner Reputationsleiste so weit oben bin, dann muss ich das nicht mehr. Die Reputationsleiste gibt außerdem noch Siegpunkte am Spielende, kommen wir dann noch zu. Das ist die Gebäudeaktion, die wir jetzt abgehandelt haben. Dann kommen wir zur, ja, zur Bergwerk-Aktion. Die Bergwerk-Aktion, da gibt es auch zwei Karten sozusagen, die diese Bergwerk-Aktion zeigen. Bei der Bergwerk-Aktion kann ich Minen bauen. Und das funktioniert ähnlich wie mit den Gebäuden, nur dass ich mir vorher kein Grundstück reservieren muss. Und es ist so, dass wir, wenn wir die Bergwerk-Aktion machen, zunächst erstmal schauen müssen, wie viele Minenplättchen wir uns angucken dürfen. Hier gibt es so einen Stapel, der so Minentechnologien zeigt. Es gibt die Möglichkeit, durch diese schwarzen Gebäude, hier diese Minentechnologien voranzuschreiten, voranschreiten zu lassen. Und je nachdem, was hier da zeigt, kann ich mir eine bestimmte Anzahl von Minenplättchen nehmen. Ja, das zeigt hier diese Anzahl von Minensymbolen an. Das heißt, jetzt am Anfang darf ich mir ein Minenplättchen nehmen und ich darf dann dieses eine bauen. Wenn ich mir mehr Minenplättchen nehmen dürfte, dürfte ich trotzdem nur eins bauen, aber ich kann mir wenigstens mehrere angucken und alle anderen werden dann hier abgelegt. Ja, ich baue jetzt dieses Minenplättchen und wo darf ich das hinbauen? Am Anfang des Spiels darf ich das nur auf diese beiden Eingänge mit den Leitern bauen. Diese beiden Leitern, ja, sind der Eingang zur Mine und das Bauen kostet zwei Holz. Im Moment ist der Holzpreis noch bei zwei. Würde mich also vier Geld kosten, dieses Minenplättchen hier hinzulegen. Außerdem brauche ich noch einen Minenarbeiter, den ich auf das Minenplättchen stelle, um anzuzeigen, dass das meine Mine ist, die ich gebaut habe. Habt ihr keinen freien Minenmitarbeiter oder keinen Minenarbeiter, könnt ihr zwei Arbeiter für die Kosten eines Pergamentes kaufen. Das könnt ihr einfach so während dieser Bergbauaktion machen, während dieser Bergwerkaktion machen. Das heißt, ja, ihr braucht auf jeden Fall genug Geld, um einen Minenarbeiter, oder sie kauft immer zwei gleichzeitig, aber ihr braucht genug Geld, um diese Mine legen zu können. Es gilt für alle Aktionen, wenn ihr es nicht bezahlen könnt, dann könnt ihr die Aktion nicht machen. Ja, dann muss ich auch wieder hier abtragen, wenn ich hier irgendwelche Symbole sehe. Also ich kriege hier zwei Ressourcen auf meinem Minen-Ressourcen-Track. Ich habe hier diese beiden Kartensymbole. Das bedeutet hier bei der Population ziehe ich eine Karte und erhöhe das hier um ein. Damit verändere ich die Preise. Und bei der Minen-Dingens, bei diesem Minen-Track ziehe ich zwei Karten. Und damit verändere ich auch die Preise. Es ist so, ja, je mehr Minen ihr baut, desto geringer wird der Kohlepreis. Ganz einfach. Und dann seht ihr auf der Mine hier noch so eine 4. Und das bedeutet, dass jeder, der jetzt auch Minen bauen möchte, nach mir, der kann das tun und muss nicht den Eingang benutzen, sondern man kann angrenzend dann zu dieser Mine bauen. Natürlich sind diese Geröllfelder, ja, die besetzen das. Also da kann man nicht drüber bauen. Aber hier könnte ich jetzt auch bauen. Das würde mich dann aber 4 Holz kosten. Und insgesamt wollt ihr bei den Minen so viele Sterne wie möglich unter euren Minenplättchen haben. Da komme ich dann aber noch dazu, wenn es um die Endwertung geht. und wie ihr mit Minenplättchen Punkte machen könnt. Dann kommen wir zur letzten Aktion. Und das ist die Heilige Barbara. Und mit der Heiligen Barbara, ja, da könnt ihr diese Plättchen hier umdrehen. Und es ist so, dass ihr, wenn ihr diese Aktion spielt, dann müsst ihr ein Pelikanplättchen, was noch auf der lilanen Seite ist, umdrehen, auf die graue Seite. Wenn ihr keins habt, könnt ihr die Aktion nicht machen. Und dann könnt ihr das linkeste, am weitesten linkeste, befindliche Feld, also mit der niedrigsten Zahl quasi, von unten nach oben, umdrehen. Und dann bekommt ihr den Bonus, der hier oben abgedruckt ist. Später sind das relativ coole Effekte. Jetzt am Anfang mit dem ersten Plättchen wären das nur zwei Reputationen. Das heißt, ja, würde ich die Aktion machen, drehe ich mein Plättchen um und kann hier die St. Barbara umdrehen. Das heißt, ja, wir bauen hier an der St. Barbara und können maximal hier bis zu diesem Plättchen gehen, um dann hier fünf Siegpunkte zu erlangen, beziehungsweise ab da gibt es dann immer zwei Reputationen, falls man dann noch mehr davon macht. Das ist die Heilige St. Barbara. Ganz einfach. Und das war natürlich nicht die letzte Aktion. Da habe ich kurz geflunkert, denn wir haben noch eine hier übersehen, nämlich die Einkommensaktion. Ja, die Einkommensaktion gibt euch Einkommen. Oh Wunder. Das ist relativ einfach gemacht, denn ihr zählt eure Ressourcentracks zusammen, beziehungsweise guckt, wie viel von welcher Ressource ihr habt und dann wandelt ihr das in Geld um. Das heißt, ja, diese vier Silber, die ich hier habe, ne, die, da gucke ich dann, wie ist denn der Silberpreis. Der Silberpreis ist gerade bei fünf. Das ist toll. Dann würde ich hier für das hier 20 Geld kriegen. Für diese zwei Kohle würde ich im Moment nur vier Geld kriegen. Also bekomme ich 24 Geld. Die nehme ich mir dann aus dem Vorrat und damit ist die Einkommensaktion auch eigentlich abgehandelt. Ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, in der Einkommensaktion noch eine zusätzliche, ja, Mini-Aktion durchzuführen. Und zwar könnt ihr, das ist auch auf der Karte hier angegeben, zehn Geld ausgeben von eurem Einkommen, was ihr gerade bekommen habt, um einen Patriziamarker, der gegebenenfalls hier schon in dieser, in diesem Vorrat liegt, diese Patriziamarker kommen durch die öffentlichen Gebäude, hier in diesem Vorrat. Immer wenn hier quasi so einer abgedruckt ist und das gebaut wird, kommt hier so ein Marker in den Vorrat und dann könnt ihr zehn ausgeben, um den in den, um den in den jeweiligen Slot zu legen, seiner Farbe. Diese Patriziamarker hier, die bringen in den Zwischenwertungen in Runde vier, fünf und sechs Punkte. Da gehe ich aber gleich auch nochmal im Detail drauf an. Das waren die Aktionen, die ihr mitmachen könnt. Und wenn dann alle Spieler ihre Aktionen gespielt haben und nur noch diese eine Karte auf der Hand haben, dann ist das Rundenende eingeläutet und dann müssen wir die Rundenende Dinge abhandeln. Das Erste, was wir abhandeln, ist, dass wir Steuern zahlen müssen beziehungsweise Reputation zahlen müssen. Je nachdem, wo der Marker hier ist, müsst ihr so viel Groschen, also so viel Geld zahlen. Wenn ihr das nicht könnt oder wollt, dann könnt ihr auch hier Reputation ausgeben. Also in der ersten Runde kostet euch das dann gegebenenfalls eine Reputation, ab der vierten Runde dann zwei und in der sechsten Runde dann drei. Das könnt ihr machen. Dann ist es so, dass der Startspieler an den nächsten Spieler im Uhrzeigersinn weitergegeben wird. Das heißt, wir haben einen neuen Startspieler für die nächste Runde. Dann ist es so, dass wir in Runde vier, fünf und sechs noch eine Zwischenwertung haben, diese Patrizia-Zwischenwertung. Und dann schaut ihr hier auf diese einzelnen Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Hier in der ersten muss, ja, schaut ihr, wie viele Gebäude ihr in den öffentlichen Gebäuden gebaut habt und das mal die Anzahl der Patrizia, die hier drin sind, mal ein Punkt. Beim zweiten sind es die Anzahl der Pedikan-Marker, mal drei Punkte, mal die Anzahl der Patrizia. Hier sind es, ja, quasi ist es der Umstand, dass ihr in jeder Reihe vertreten seid, mal die Anzahl der Patrizia-Marker. Und hier ist es die Anzahl der Gebäude, die ihr gebaut habt, beziehungsweise der Spalten, die ihr auf eurem Board hier freigeschaltet habt. Speziell an Runde vier ist es noch, dass dann diese drei Gebäude hier ins Spiel kommen, die wir dann hier zufällig auf diese letzten Slots verlegen. Dann bekommen alle Spieler natürlich ihre Handkarten wieder auf die Hand. Der Rundenmarker wird um einen weitergestellt und dann wird zur Vorbereitung der nächsten Runde die nächste Ereigniskarte aufgedeckt und der Effekt wird abgehandelt, beziehungsweise, ja, hier haben wir keine Steuererhöhung, aber wir haben wieder einen Effekt. Und natürlich haben wir vorher auch noch am Rundenende der ersten Runde hier diesen Effekt ausgeführt, also diese zwei Populationskarten gezogen. Genau, und dann geht es auch in die nächste Runde schon wieder. Das machen wir Runde um Runde, bis wir dann tatsächlich am Ende der Runde sechs angekommen sind. Und am Ende der Runde sechs gibt es dann noch Siegpunkte und auf die möchte ich jetzt kurz eingehen. Als erstes bekommt ihr Siegpunkte für eure Häuser. Und bei euren Häusern ist es wichtig, welche Symbole hier auf diesen Gebäuden und Gebäudeplättchen drauf sind. Es ist so, wenn jetzt hier verschiedene Gebäude gebaut worden sind, dann schaut ihr bei jedem Haus, was ihr gebaut habt, welche Symbole hier auf dem Gebäude drauf sind und bekommt dann so viele Punkte, wie ihr passende Symbole angrenzend zu diesem Haus habt. Das heißt, ja, auch diese Symbole hier am Rand würden da zählen. Und ja, für dieses Gebäude hier zum Beispiel, was ja Silber möchte, würde ich hier 1, 2, 3 Punkte bekommen. Es ist egal, wem diese Gebäude gehören. Öffentliche Gebäude gehören ja niemandem. Da setzt man nie ein Haus drauf. Und ja, so viele, da gehe ich halt jedes Haus durch und bekomme dann dementsprechend viele Punkte, wie ich passende Symbole angrenzend orthogonal habe. Dann gehe ich auf die Bergwerke ein, wo wir auch Punkte bekommen. Und da zählen wir für jede Reihe hier, wie viele Sterne in der jeweiligen Reihe überhaupt in Summe vorhanden sind. Diese neutralen Sterne zählen dabei mit. Und je nachdem, wie viele Sterne vorhanden sind, bin ich hier in einer dieser Kategorien. Also bei 0 bis 3 bin ich in dieser, bei 4 bis 6 in dieser, bei 7 plus bin ich in dieser Kategorie. Und dann schauen wir, welcher Spieler die meisten Sterne auf seinen Minen hat. Und derjenige, der die meisten Sterne auf seinen Minen hat, bekommt dann den höheren Wert an Siegpunkten in der jeweiligen Kategorie. Und der, der am zweiten meisten Sterne hat, der bekommt die niedrigeren Wert in der jeweiligen Kategorie. Und ja, bei Gleichstand teilt man sich die Punkte oder man kann auch sagen, dass alle das Höhere bekommen. Ich glaube, in der Anleitung steht, dass alle das Höhere bekommen und dann die nächste Kategorie nicht gewertet wird. Das ist ja so von Spiel zu Spiel auch immer unterschiedlich. Das könnt ihr auch selber ein bisschen balancen. Genau, das zu den Bergwerken. Dann bekommt ihr nochmal Einkommen. Und alles Geld, was ihr quasi bis dato hattet oder noch übrig habt, ist nichts wert. Aber ihr schaut jetzt, wie viel Einkommen ihr mit dem Stand der Ressourcen, die ihr jetzt habt und den aktuellen Marktpreisen bekommen würdet. Teilt den Wert durch 10 und bekommt dementsprechend nochmal Siegpunkte. Dann bekommt ihr Siegpunkte von der Reputationsleiste. Und ihr bekommt nochmal jeweils einen Siegpunkt für nicht bebaute Grundstücke, die ihr hier reserviert habt, für übrig gebliebene Baupläne, die ihr hier noch oben liegen habt und für nicht umgedrehte Pelikanmarker, ja, jeweils ein Siegpunkt sind die wert. Wer dann am meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen und ist quasi der Erbauer der Stadt des Silbers. Das war es mit der Regelerklärung zu Kutnaora Stadt des Silbers. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ihr könnt jetzt direkt losspielen und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer ersten Partie. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann macht euch gerne in den Comments bemerkbar. Wir kriegen da sicherlich das eine oder andere noch geklärt, vielleicht zu speziellen Situationen oder zu irgendwelchen, ja, zu bestimmten, ja, Symbolen oder was auch immer. Ich bin euch da sehr gerne behilflich und die gesamte Boardgame-Panther-Community natürlich auch. Und, ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und, ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, hier auf meinem Kanal. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres cooles Brettspiel-Video mehr. Ich, ja, werde mir noch mehr Neuheiten jetzt vornehmen und euch noch mehr von den Spiele-Neuheiten, von den Herbst-Neuheiten berichten in den nächsten Wochen und Monaten. Und ansonsten, falls ihr jetzt noch so ein bisschen Zeit habt, schaut doch noch ein weiteres Video. Ich hätte hier einen Vorschlag, da ein Video, was, ja, mir, was euch sagt, was ich alles so eingesammelt habe in Herbst-Neuheiten. Das ist ein kleines Preview dann, was ihr auch hier erwarten könnt in den nächsten Wochen und Monaten auf meinem Kanal. Und hier unten noch eine kleine Rezension zum Spiel Pirate Tales, ein kleines Push-Your-Luck-Spiel im Piraten-Setting. Ja, mit viel Würfeln und so ein bisschen, ja, man macht eine Seereise. Vielleicht ist das was für euch und, ja, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich Ciao, ciao!